Wünscht mir einen Florentin Will Entdeckt Windows Show. Irgendwo, ich wirklich, weißt du, was ich immer bräuchte? Was mal ein geiles Moin Moin wär? Ich bräuchte so einen Rentnerkurs. Ich bräuchte wirklich so jemanden, der den ganzen Tag super geduldig mit Leuten spricht, die noch nie was von dem Computer gehört haben und der oder die erklärt mir Windows. Warum kann ich das denn nicht markieren? Gut, das ist kein Text, das ist ein Bild. Aber ihr wisst, welchen Satz ich mein. Hier, den hier. Ach. Ach. Ich hab noch nicht mal dieses Ja einverstanden für Cookies. Ich häng da noch. So, ich bin noch nicht mal überhaupt auf der Startseite. Check ich's grad nicht oder bin ich... Was geschieht hier? Was ist das? Ist das Sarahs Header-Bild, die Fehlermeldung? Nein. Wo bin ich denn jetzt gefangen, Mann? Sorry, es liegt doch wirklich nicht an mir, Mann. Was ist denn hier immer los mit dem Scheiß? Wo bin ich denn? Guck mal, hier ist eine Karte. Das ist ja geil. Ja, spring einfach irgendwo hin, du Lappen. Bildbreite mal drei. Das checkt, das checkt Google nicht, oder was? Muss ich hier das machen? X? Mein Gott! Das kann doch nicht dein Ernst sein, Google. Leute. Das kriegt Google jetzt nicht hin. Hier, kopieren. Leute, ich bin nicht das Problem. Wirklich, sorry. Aber jetzt muss man auch mal sagen, ich bin mittlerweile nicht mehr das Problem. Die Technik, die macht, was sie will. Ach, guck mal. Okay, 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 okay. Gut, vielleicht mein Fehler. Gut, okay. Gut. Entspannung. Und ich garantiere, dass wir dort ein Schaumbad finden. Bip! 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 Ich gebe euch einen kleinen Bienchen-Sticker. Bitte schön. Diese Biene ist für euch. Für alle, die schon mitgebracht haben. Ah, und wieder. Du bist ein Klick von dem süßen Bild entfernt für einen 25-Euro-Espresso-Becher. Donny, Donny, Döhler. Was ist eigentlich im Chat los, Leute? Die Leute schreiben einfach nur Namen. Hä? Ach nee, ich bin nicht mehr im Ansatz. Du musst runter. Sorry, ich bin nicht mehr im Ansatz aktuell. Lena. Lena mit der Content-Offensive. Ich google schon wieder Google. Ja, 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 ja. So, also. Relativ viel schiefgelaufen bei dieser Google-Suche hier. Wir haben G-Sushi gesucht. Ist gar nicht nötig. Das G kann man sich meistens sparen. Von der Person, die sich gesagt hat, Freunde, was mache ich heute? Pass auf. Oh, wie komme ich jetzt wieder raus? Wie komme ich jetzt wieder raus? Und dann Achtung, Google-Trick Nummer 4. Wenn du Anführungszeichen um ein Wort setzt, dann such dir spezifisch nur nach diesem Wort. Nee, 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 das funktioniert alles nicht. Ah, Google, habt ihr wirklich schon mal was gefunden mit Google? Sorry, aber jetzt mal wirklich. Und dann alle, die sich mit Computern und sowas gut auskennen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so ein Bild habe. Ja, von einem Kanu. Ja, so ein schönes Kanu-Bild. Dachte, ein Kanu ist ein Tier, um ganz ehrlich zu sein. Gibt es irgendeine Webseite oder sowas, wo ich dieses Bild hier hochlade und dann wird mir angezeigt, wie dieses Bild in Nullen und Einsen aussieht. Also in das 8 Millionen Nullen und Einsen. Ich würde das gerne mal sehen. Ich würde das gerne mal vor mir sehen, wie das aussieht. Image-to-Binary-Decode.fr Das ist eine französische Seite. Datei auswählen. Okay. Okay, reduced-sized, original-sized. Not recommended. I don't give a fuck. Das hier, hallo. Das kriege ich doch nicht hin, Leute. Convert, Leute, ich klicke jetzt auf Convert. Okay, seid ihr bei mir? 3, 2, 1, go. Das? Das ist das Bild? Kopieren. So, Freunde, jetzt brauchen wir irgendein Textprogramm. Text T. Word. Och, Leute, komm, ich kenne mich doch noch nicht aus. Wie heißt denn Textprogramm? Unten links auf Start klicken. Editor eingeben. Es gibt kein Editor, Mann. Ich würde das doch gerne machen. Editor, wie, wo denn? Einfach schreiben. Wo? Schreiben auf Tastatur. Ich bin nicht das Problem. Ich hab's. Okay, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Okay, ich hab eine leere Textdatei. So, und da kopiere ich jetzt alles. Nein! Jetzt hab ich wieder... Ach, jetzt ist alles weg. Weil ich hab in der Zwischenzeit wieder was Neues gekopy-pastet. Wie hieß das jetzt? Im G2 beinahe Converter. Und... Ja, ich hab einen schönen Urlaub. Ist ja immer mal ganz nett, rauszukommen. Ich bin an den Strand. Kann ich das alles auswählen? Kann ich alles, alles auswählen? Ach Gott, das ist doch Quatsch. Steuerung A. Ah, guck dir. Guck dir das mal an. Guck, hier entsteht ein völlig neues Bild. Guck mal, hier sind ganz viele Einser. Das sieht aus wie eine Landkarte. Das ist ja abgefahren. Das ist ja selber nochmal ein Bild. What? Was ist das? Was ist das? Ist das ein Mensch? Was? Ist das der Typ auf dem Kanu? Bin... Ist das... Das kann doch nicht wahr sein. Nee, nee, nee. Hier kann man das Bild sehen im Code? Ist das der mit dem Hut? Das ist der mit dem Hut. Sag mal, ihr verarscht mich doch, oder? Das ist doch nicht euer Ernst. Hä, was? Hier ist der Kanu, Mann. Ach so. Das ist alles, was dieser Converter macht. Der macht einfach das... Das ist gar nicht der Code von dem Bild, sondern einfach das Bild in Nullen und Einsen. Ach Gott. Das wollte ich ja nicht... Ach Gott, bin ich bescheuert. Ach Gott, bin ich dumm. Teneriffa, Harburg. Und meine Maus geht gar nicht. Naja, ein bisschen. Tu es! Ich höre gar nichts. Könnte man. Warum ist das Bild jetzt klein? Ah, ich hasse es. Ich hasse es. Oh, und jetzt schon bin ich unten durch bei den Donnerstag-Freaks, die sagen, oh, der hat ja keine Ahnung von zoomen. Der kann nicht zoomen. Kommen wir hier noch näher ran eigentlich? Ach, Leute. Komm, weißt du. Geht doch mal raus, Mann. Was ist dieses Programm? Was ist diese Technik? Das geht nicht mehr als 500%. Ach, es geht nicht mehr als 500%. Das wird ja nicht... Ach, ich hasse... Ich hasse das. Ich hasse alles hier. Warte, vielleicht muss ich es erstmal neu aufmachen. Wir kriegen das hin, Freunde. Achtung. Geht das nicht? Wie, der... Das ist so... Der eine kommt näher, aber der andere geht einen Schritt zurück. Er sagt, nein, bleibt mal stehen. Ich komme einen Schritt näher. Und er geht wieder einen Schritt zurück. Tatsächlich, es gibt schon schwarze Fanta. Leute, jetzt auf geht's. Und wir gehen rein. Wir gehen rein. Naja. 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 Wenn ich hier auf das Mausrad klicke, dann habe ich hier so einen Donut. Das ist wie so ein Plunderteig. Tatsche sieht das aus. Ah! What? Wie? Das ist ja abgefahren. Dann kann ich hier so nach oben und unten scrollen. Sehr gut. Hier ist jemand mit einem Zitat am Monitor. Finde ich schon mal gut. Achtung, wir machen das mal ganz professionell hier. Hier ist jemand mit einem... Hä? Wie hast du... Ach so, jetzt war ich gerade komplett verwirrt. Ich dachte, ich schaue gerade in den Spiegel. Der PC ist abgestürzt. Frodo ist der Bauer... Meine Güte. So, jetzt lass uns das mal drehen hier, Kollege. Drückt da rein, Freunde. Jetzt ist alles blau. Leute, was ist denn hier los? Wie habe ich das gerade geschafft, dass alles blau ist? Ah, geil. Das ist ja geil. Das wird alles blau. Das wird grau. Warte, 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 warte. Warte. Das verändert gar nicht die Farbe. Das wird nicht blau. Warum wird nur die... Hä? Ey, ich glaube... Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch schon oft gelesen, Florian, die ist dumm, aber ich check's nicht. Weil irgendwas ist doch da falsch mit diesem Computersystem. Es ist, es ist was passiert. Ich habe meinen Laptop, meine alte, meine alte 2013er Rübe, habe ich komplett lahmgelegt. Für mehrere Stunden, ich konnte nichts mehr tun. Kleiner Hintergrund. Ihr müsst wissen, ich bin, ja, wie kann man es jetzt politisch korrekt ausdrücken? Ich bin ein kompletter Vollidiot. Und wenn ich etwas einfach machen kann und unnötig kompliziert machen kann, mache ich es definitiv unnötig kompliziert. Zum Beispiel, ich möchte ein Bild bearbeiten. Aha, jetzt hat man verschiedene Programme zur Auswahl. Hm, mit welchem Programm bearbeitet man das jetzt das Bild? Gimp? Photoshop? Vodafone? Edit? Nein. Ich mache es mit After Effects. After Effects, ein Programm, das dazu gedacht ist, komplizierte, krasse Animationen zu machen, damit mache ich meine Bildbearbeitung. Weil ich mir auch denke, lieber wenige Programme gut beherrschen, als viele Programme so mittel beherrschen. Bilderbearbeitung in After Effects ist nicht so leicht, weil, wie gesagt, das ist nicht dafür gedacht. Ähm, das heißt, wenn du jetzt eigentlich, macht man damit Videos, ja? Also, wenn du jetzt irgendwas importierst, ist es automatisch ein Video. Wenn du aber ein Bild exportieren willst, dann musst du das Video auf ein Frame kürzen, dass es nur noch ein Frame lang ist, und dann exportieren in der Bilddatei. So. Jetzt habe ich ein Bild bearbeitet und habe das vergessen. Sprich, ich hatte jetzt ein Bild, das zwar eine Stunde lang, also eine Stunde lang nur Bild, eine Stunde lang nur Bild, sonst nichts. Eine Stunde exportieren als Bilddatei. Hm. Das heißt, dieses Programm denkt sich, Moment mal, was macht man jetzt? Was macht man jetzt? Ach ja, jetzt haue ich jedes Bild, jeden Frame dieser Stunde einzeln raus. Und ich sag mal da, ich dachte, mein Gott, das ist nur ein Bild, das war nicht groß, exportiere ich es auf den Schreibtisch. Ja, kein Problem, überhaupt kein Problem, exportiere einen Schreibtisch. So. Jetzt hat er dieses einstündige Video die einzelnen Frames exportiert. Und die wurden alle auf den Schreibtisch exportiert. Und ich dachte mir so, ja, okay, Bild exportieren, klick da einmal schön, exportieren, hol mir irgendwie noch ein schönes Glas Butter oder sowas aus der Küche, komm zurück, denk mir, meine Herren, das dauert aber, das dauert aber eine ganze Weile. Was ist denn da los? Ach du Scheiße. Brech den Export sofort ab. Aber da war es schon zu spät. Der Schaden war schon angerichtet. Es gab kein Zurück mehr. Mein Computer war ab dem Zeitpunkt komplett lahmgelegt. Ich konnte nichts mehr tun. Ich hatte auf meinem Schreibtisch 21.000 Bilder. 21.000 Bilder. Und ich dachte, ich komm da nicht mehr raus, weil ich krieg die ja nicht mehr gelöscht, weil ich kann ja nichts mehr tun auf meinem Computer, weil alles, weil ich nichts mehr ging, ja? Die einzelnen Bilder anklicken, aus. Es ging gar nichts mehr. Und ab dem Zeitpunkt denkt man sich, na gut, gehe ich damit jetzt zum Apple Store oder sowas und sage irgendwie, ganz kurz, ein bisschen langsam in letzter Zeit. Ganz komisch irgendwie. Letztens Computer angemacht. Bisschen langsam. Okay, ja klar, schauen wir uns mal an. Klick, klick, klick. Ja, vielleicht liegt es an den 21.000 Bildern, die sie auf ihrem Schreibtisch haben. Könnte sein. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwie sonst ging der eigentlich immer. Ah, warte, jetzt bin ich hier in irgendein Betrugsfall reingefallen. Ähm, absolute Katastrophe. Und währenddessen, das Bild, das ich bearbeitet hatte und 21.000 Mal auf meinem Rechner hatte, war dieses Bild. Dieses süße, lächelnde Lamm. Das hat mich dabei begleitet, das hat mich dabei begleitet, diese Katastrophe zu lösen. Und es lächelt mich an. Und immer wieder suche ich durch meinen Desktop und finde dieses fucking Bild, das mich 21.000 Mal anlächelt. Es war eine absolute Katastrophe. Es war furchtbar. Warte, ich zeige euch mal. Ich habe ein Bild gemacht davon, wie mein Schreibtisch aussah. Ich habe es hinbekommen, tatsächlich noch ein Bildschirmfoto zu machen mit einem Shortkey. So sah mein Bildschirm aus. So sah mein Bildschirm aus. Das, so sieht es aus, wenn du 21.000 Lammbilder auf deinem Schreibtisch hast. Und es sieht, es sieht genauso aus, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Ich habe mich gefühlt wie, Scheiße, da komme ich nicht mehr raus. Und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie beim Tech-Support anrufen und sagen, hallo, ja, ich habe jetzt hier 21.000 Lämmer. Kann man da, kann man da was machen? Und so habe ich es langsam wirklich mit der, mit der kleinen Schaufel, mit der kleinen Schaufel habe ich sie rausgemacht. Ja, lösch sie halt, du Dulli. Ah, cool. Ja, vielen Dank für deinen Support. Schade, dass ich so unterstützende Leute wie dich nicht dabei hatte. Ich habe sie dann auch gelöscht einzeln. Aber es ist nicht so leicht. Es ist nicht so leicht. Stellt euch vor, ihr habt einen Stall mit 21.000 Lämmern. Und ihr habt eine sehr kleine Tür zu diesem Stall. Und ihr müsst rein und müsst eins von diesen nehmen und euch durch 21.000 von der anderen Seite des Stalls, ihr müsst euch erstmal durch alle durchgehen, dann ein Lamm nehmen, nochmal durch alle durchgehen, dann durch das kleine Tür, dann werft ihr ein Lamm aus dem Stall. Und das macht ihr 21.000 Mal. Und du denkst dir einfach, und dann fragt man dich keine Ahnung so, hey, was hast du eigentlich am Wochenende gemacht? Was habe ich gemacht am Wochenende? Ähm, ich habe, ähm, ich habe mir selbst, sagen wir es so, ich habe mir selbst sechs Stunden meines Lebens geklaut. Ich habe mir sechs Stunden, ich habe sechs Stunden meines Lebens aus dem Fenster geworfen. Ich habe die Mülltonne aufgemacht, habe gesagt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden meines Lebens, Mülltonne zu, das war mein Wochenende. Und du? Was hast du gemacht? Warte mal, Chess, warte mal, was ist denn hier mit den Tasten immer los? Huge mistake. Ach, scheiße, ihr findet das bestimmt, wo der so richtig ausrastet und sein Chess-Face verliert. Mein Gott, was ist, gibt es einen Namen für das Phänomen, dass man Videos, die man bei sich zu Hause geschaut hat, auf einem anderen Rechner einfach nicht finden kann? Was ist das für ein Phänomen? Bei mir zu Hause gebe ich C ein und ich habe sofort Chess, huge mistake, funny videos, kann ich sofort anklicken. Auf einem fremden Rechner gar nicht. Was ist das? Was ist das für ein Phänomen? Jetzt aber noch mal ganz kurz zurück zu dem Bild. Warum wird das blau? Jetzt wird es grau. Das kann doch nicht sein. Das ist doch ein Computer. Der macht doch immer dasselbe, wenn derselbe Input kommt. Wie kann es denn jetzt sein, dass das Bild grau wird und nicht blau? So sehen wir uns wieder, mein alter Freund, der Zoom. Okay. Und es hat Zoom gemacht. Hör auf wegzulaufen. Hör auf wegzulaufen. Ich hasse das so sehr. Ich hasse das so sehr. www.ur.de Wir schauen mal ganz kurz nach, wie viel Uhr es ist. Tu es! Uhr! Komm schon, Internet! Ach, deine Mutter! Ach, ich dachte, das wäre eine Uhr. Fuck you einfach. Atomuhr.de Weil alles ist besser mit dem Wort Atom davor. Jetzt. 12,46 Euro. Wir googeln das mal. Pass auf. Okay. Also, das ist der Bibelfers von Johannes. Der schreibt, ich bin als Licht in die Welt gekommen. Auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Okay. Ich bin als Licht in die Welt gekommen. Wie krass blau das ist. Guckt euch das mal an. Das ist doch kein normales Blau. Guckt mal. Jetzt komm ich von links. Blau. Rechts. Blau. Nein. Oben nicht blau und unten nicht blau. Pass auf. Und hier ist es genau andersrum. Da ist links nicht blau, rechts nicht blau, aber oben blau und unten blau. Nee, unten auch nicht blau. Doch. Unten auch blau. Das ist ja verrückt, oder? Dass es genau andersrum ist. Hier. Haben wir ein Schaumbad. Mehr oder weniger. Perfekt. Das ist schon geil. Ich bin hundertprozentig bei irgendeinem eBay-Account eingeloggt gerade. Hundertprozentig. Deswegen würde ich sagen, Freunde, kaufen. Wir sind drin. Wir hacken uns rein. Nein. 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 Ach, fick, dein scheiß Ad-Zeichen, ey. Geh mir nicht auf die Nerven. Ich kann leider nicht reinzoomen, weil ich das fucking Internet nicht verstehe. Manchmal habe ich hier so eine Lupe als Cursor, manchmal nicht. Hier ist es links, rechts. Jetzt ist es grau. Was geschieht hier? Ich verstehe es nicht. Und von rechts kriege ich jetzt diesen Cursor. Leute, das ist doch scheiße, ey. Mein Laptop so auf dem Schoß, alle anderen hatten das Buch und mitten im Gespräch rutscht mir halt einfach mein scheiß Laptop vom Schoß auf den Boden. Der Laptop fällt auf den Boden und hier denkt sich erstmal, was ist der größte Depp der Welt? Und dadurch, dass der Laptop auf den Boden gerutscht ist, habe ich im Auffangen irgendwie auf die Tasten gedrückt, sodass mein Cursor sich in diesem Textprogramm in eine riesige Lupe verwandelt hat, sodass ich die ganze Zeit und ich wusste nicht mehr, wie man diese Lupe wegmacht und ich hatte die ganze Zeit so eine riesige Lupe. Das heißt, ich hatte als Cursor konstant so eine Lupe einfach wie der größte Depp der Welt, der erstens sein Buch nicht dabei hat und zweitens mit so einer scheiß virtuellen Lupe die ganze Zeit rummachen muss. Ach, und es hat nicht lange gedauert und schon ist wieder alles blau. Warte mal. Hat es nochmal richtig krachen lassen. Ansonsten hier. Auch Cecil Taylor, Jazzpianist. Die ganzen Jazzpianisten sterben. Was ist da los? Warte mal, kann man hier suchen eigentlich? Feedback-Hub. Man muss auch mal Feedback geben. Diese Artikel müssen auch aufhören, ey. Diese horizontalen Listen sind die schlimmsten Seiten im Internet. Wenn ich eine Liste haben will, dann will ich eine Liste nach unten und nicht so eine Bildershow nach rechts. Das ist doch das Schlimmste, was es gibt. Komm, lass uns mal die Top 3 jetzt. Guck mal, wenn ich zu den Top 3 muss, dann muss ich jetzt 497 Mal auf diesen Knopf drücken. Leute. Oh Mann, ey. Ja, das funktioniert nicht. Bei 105 hört es jetzt auf. Und jetzt ist das hochgeladen. Jetzt gebe ich hier die URL ein. Leute, ich hab's drauf. Freunde, wenn ihr Probleme habt mit dem Internet, wenn ihr Probleme habt irgendwie, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, Technik, ich bin da irgendwie ein bisschen hinterher. Leute, schreibt mir. Also, ich hab's drauf. Ich hab's drauf. Ich hab's drauf. Vielen Dank.